Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Ja, heute geht es um das Einzeichnen, also eine Grafik von Umsatz und Ziel. Also ihr kennt das bestimmt auch, ihr habt in unserem Beispiel jetzt hier verschiedene Vertriebler, aber es könnte jeder andere Sachverhalt sein. Und ihr habt eine Kennzahl, die ihr gerne analysieren möchtet, und ihr habt einen Vergleichsmaßstab. Also ihr sagt einfach, zum Beispiel innerhalb des Zeitraums muss der und der Wert erreicht werden. Und dann möchtet ihr das ganz gerne visualisieren. Also letztendlich in einer Grafik darstellen, sind wir denn über dem Budget quasi oder über Plan oder sind wir unter Plan. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, aber was ich mal zeigen möchte ist, wie man zum Beispiel so eine Art von Referenzlinie in Excel einbauen könnte, in ein Balkendiagramm. Und das werde ich jetzt mal tun. Also ich nehme direkt mal meinen Bereich hier, das ist dieser hier, wo ich eben eine Umsatzkennzahl und eine Zielkennzahl habe, die ich jetzt hier einfach zum Teil ein bisschen größer, zum Beispiel ein bisschen kleiner gemacht habe. Und jetzt gehe ich einfach bei Einfügen, da finden wir ja die Diagramme hier. Und da gibt es, wenn wir mal da draufklicken hier, ja verschiedene Optionen, die uns schon vorgeschlagen werden. Das auch finde ich ganz nett. Das heißt, wenn ihr da was habt, was euch gefällt, könnt ihr das so direkt verwenden. Falls nicht, dann entsprechend einfach bei allen Diagrammen suchen, oder in dem Beispiel nehme ich einfach dieses erste, das hier. Klicken wir auf OK. Und dann haben wir hier entsprechend das Diagramm eingefügt. Und ich mache das mal ein bisschen kleiner, weil für mich ist das aktuell ein bisschen zu groß. So, OK. Jetzt haben wir aktuell hier unsere beiden Säulen, das heißt wir haben den Umsatz und wir haben das Ziel nebeneinander. Natürlich könnte man das so darstellen und dann würde man halt sehen, OK, ist denn der blaue Balken, ist der größer als der orangen oder nicht. Aber ich hätte es ganz gerne ein bisschen anders. Ich hätte ganz gerne, dass ich nur den blauen Balken sehe und für diesen orangen möchte ich einfach eine Referenzlinie haben. Also eine kleine Linie, die dann hier zum Beispiel wäre, die mir dann zeigt, OK, der blaue Balken ist größer als diese Linie und damit sind wir quasi überhalb des Ziels, unserem Planwert. Das können wir tun, indem wir einfach mal auf diese orangenen Balken klicken. Ihr könnt auf einen davon klicken, automatisch habt ihr alle ausgewählt. Wenn ihr wirklich nur einen auswählen wollt, müsstet ihr nochmal auf den draufklicken, wenn ihr jetzt nur den speziell formatieren wollt. Aber in unserem Beispiel, ich klicke nochmal auf die orangenen, wähle ich alle aus und wenn ich dann mit der rechten Maustaste da draufgehe, kann ich bei Datenreihen, Diagrammtyp ändern, entsprechend diesen Balken, den wir hier haben, ändern. Wir sehen hier, aktuell haben wir gruppierte Säulen für beide. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin, auf das hier und sage, ich hätte ganz gerne hierfür beispielsweise einen Punkt. Und da haben wir ja die Punktwolke hier, diese Punkt XY. Das könnt ihr jetzt anklicken hier und dann sehen wir, was wir hier bekommen. Wir bekommen jetzt hier statt dieser Balken entsprechend orangene Punkte. Also wir sehen das ja schon in der Vorschau hier. Allerdings sehe ich, dass diese orangene Punkte hier noch nicht wirklich mittig angeordnet sind. Zumindest nicht für alle. Sieht ja zum Teil ein bisschen so überlagert aus oder dass es immer noch daneben ist. Deswegen werde ich folgendes tun. Ich nehme mal den Sekundärachse, diesen Haken weg. So, damit stellen wir auch sicher, dass wir keine, also dass wir letztendlich den gleichen Maßstab haben auf beiden. Das ist der orange Punkt tatsächlich auch hier, hier der Wert, den man erhalten würde, wenn man hier quasi einfach waagerecht hier nach rüber geht, dass man dann entsprechend dieser Wert auch stimmt. So. Und jetzt klicke ich mal auf OK und damit haben wir schon mal diese Punkte. Natürlich bin ich noch nicht ganz fertig, weil diese Punkte sind noch nicht so ganz, dass es ich möchte. Das heißt, ich klicke mal auf den Punkt hier und dann mit der rechten Maustaste da drauf und dann mal auf, wo ist es, Datenreihenformatieren, ganz unten. Wenn ihr das anklickt, dann öffnet sich hier ein Fenster und hier quasi könnt ihr sagen, was ihr denn tun wollt. Wenn ihr jetzt auf die, ich glaube es ist hier, ich muss kurz schauen, Effekte, nein es ist eins daneben, es ist da hier, okay, hier sind wir richtig. Wenn wir jetzt auf diesen Farbeimer hier klicken, haben wir hier die Option, zum einen mal die Markierungen anzupassen. Das heißt, wenn ihr auf Markierungen hier geht, findet ihr hier verschiedene Optionen. Zum einen natürlich mal die Farbe hier für die Füllung. Also da könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nicht so einen Oroschton haben, sondern möglicherweise lieber einen schwarzen Ton oder eine andere Farbe, das bleibt euch überlassen. Und ihr seht auch hier, es gibt hier zusätzlich noch diesen Rahmen. Also wenn ihr den rausnehmt, dann habt ihr entsprechend auch diese Rahmenlinie nicht. Könnt ihr natürlich auch ausfüllen, wenn ihr wollt, aber ich lasse es jetzt mal weg. Und der zweite Punkt ist dann, ist aktuell ein bisschen versteckt, weil es nicht aufgeklappt ist, aber hier die Markierungsoptionen. Da könnt ihr reinklicken und dann findet ihr hier bei integriert, wenn ihr da drauf klickt, entsprechend die Option, verschiedene Dinge auszuwählen. Also was möchtet ihr denn sehen? Möchtet ihr wirklich diesen Kreis haben oder vielleicht lieber ein Dreieck oder ein Kreuz oder was auch immer. Und das geht sogar so weit, dass ihr eigene Bilder importieren könnt. Das heißt, auch wenn euch die Dinge hier nicht gefallen, könntet ihr theoretisch ein eigenes Bild hier hinterlegen, was ihr dann als Grenzwert oder als, ja, als letztendlich Symbol hier verwendet. Ich nehme jetzt mal einfach diesen Strich hier, so, und der ist aktuell noch ein bisschen zu klein. Das heißt, was ich jetzt tun werde, ist einfach, ich mache den ein bisschen größer und schaue mal nach, wie das dann aussieht. So, das sollte eigentlich passen hier. Möglicherweise noch eins größer, da muss man halt schauen, wie es einem am besten passt. Und wenn wir jetzt mal hier reinklicken, so, und uns das mal anschauen, das sehe ich hier so, dann hätten wir hier, das sieht immer noch ein bisschen verrutscht aus, vielleicht sieht es nur bei mir gerade so aus. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt hier so passt. Ein bisschen kleiner ziehen hier so. Doch, sollte schon passen. Dann hätten wir auf jeden Fall so eine Linie drin und da hätten wir entsprechend hier unsere Referenzen, die wir entsprechend halt so mal darstellen, als diese Ziellinie hier. Gut, das, ihr seht ja hier, muss man ein bisschen arbeiten. Eventuell macht man es vielleicht ein bisschen kleiner, als ich es jetzt hier getan habe, mit der, ich glaube, Größe 8, was es war. Aber so könnte man zum Beispiel so etwas darstellen. Gut, das war es für das Video. Ich hoffe, das war interessant. Falls ihr Anmerkungen habt oder auch vielleicht Ideen, wie man das noch besser wahrstellen könnte, dann schreibt das gerne in die Kommentare und vielleicht mache ich dann auch mal ein Video dazu, wenn ich kann. Das hilft bestimmt auch anderen Leuten weiter. Ansonsten bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!